Rote Rosen Vorschau Folge 3503 Mia kann nicht verstehen, dass Franzi das Revival ihrer Eltern kategorisch ablehnt. Doch auch Mia überkommt ein komisches Gefühl, als sie ihre Mutter glücklich vereint mit Florian sieht und mitbekommt, wie sehr Anke leidet. Bei einem Familienessen mit Florian entzieht Mia sich unter einem Vorwand und macht Katrin ganz unerwartet eine harsche Ansage. Wie kann Katrin sich nur wieder auf Florian einlassen? Das Geheimnis, dass Jakob Fehrmann lebt, aber nichts von seinen Töchtern wissen will und Philipp mit dem Verkauf eines seiner Gemälde beauftragt hat, belastet Carla sehr. Aus Enttäuschung über seinen Vater will Philipp dessen Gemälde zerstören. Doch da erhält er ein verlockendes Angebot. Lilly hat in der Wunschbox Geld für die Flitterwochen von Ben und Tina erbeten und bekommen. Ben glaubt zu Lillys Empörung nicht, dass das Geld rechtmäßig erworben wurde, doch Hannes kann Ben beruhigen. Als er nebulös von einem reichen Mäzen spricht, nur dass Lilly geflunkert hat, um das Geld zu bekommen.